Herzlich Willkommen! Ich bekomme von euch immer viele Fragen in den Kommentaren zum Thema macht mal was über die Curly Girl Methode oder generell das ideale Lockenpflegeprogramm was du empfiehlst. Darum habe ich mich entschlossen einfach mal ein Video jetzt zum Thema Locken zu machen. Die Curly Girl Methode oder auch auf Deutsch Lockenmädchen Methode ist eine Methode nach einem gleichnamigen Buch. Ich verlinke es euch aber auf jeden Fall mal unten in die Infobox und das ist nichts weiter als eine Routineformel wie ihr mit den Haaren umgehen sollt wenn ihr Naturlocken habt. Nun gibt es verschiedene Arten von Naturlocken. Es gibt große, es gibt kleine Locken, es gibt krause Locken, definierte Locken und noch viel viel mehr. Fangen wir am besten gleich mal mit ein paar Basics zum Thema Locken an an dieser Stelle. Lockige Haare sind von Natur aus viel feiner als nicht lockige Haare. Das glaubt man oftmals nicht so richtig weil Locken ja immer relativ massiv und relativ kräftig wirken aber das einzelne Haar ist relativ fein. Darum müssen lockige Haare auch immer wie feine Haare behandelt werden. Locken sind interessanterweise im nassen Zustand glatt und ziehen sich dann wenn sie trocknen immer weiter zusammen. Das ist sehr sehr relevant gerade wenn ihr die Locken schneiden wollt und eure Haarlänge wirklich beurteilen wollt. Im nassen Zustand hängen sich die Locken aus, sind schön glatt und beim trocknen gehen sie, springen sie quasi wieder zusammen. So kann es durchaus mal sein dass Haarschnitte zu kurz wirken aber da kommen wir später noch dazu. Da Locken sich immer wieder zusammenziehen wenn sie trocken sind. Es ist auch ganz wichtig dass ihr die Locken nicht glatt zieht sondern immer schön quasi zusammenkneten damit sie nach Möglichkeit schön lockig bleiben und nicht runterziehen. Und damit sich Locken nicht mit der Zeit lang aushängen oder halt ja unbeherrschbar werden, müssen Locken auch regelmäßig geschnitten werden. In Lockenprodukten sollten auf jeden Fall keine Parabene, keine Silikone oder sonstige Filmbildner drin sein die die Haare einfach nur glatt und schwer machen da die Haare dann einfach glatt wirken und schwer und die Locken nicht mehr so richtig durchkommen. Und wenn man da mal genau darauf achtet dann merkt man schon dann lohnt sich einfach der Griff zur Naturkosmetik weil auf diese Stoffe dort weitestgehend meistens immer verzichtet werden. Zum Trocknen. Ich würde euch immer empfehlen Locken luft trocknen zu lassen oder mit so einem Diffuseraufsatz für den Föhn leicht anzutrocknen. Entweder vorher ein bisschen antrocknen oder erstmal Luft trocknen lassen und dann ein bisschen nachgehen. So eine Kombination daraus geht auch. Das mögen Locken einfach am besten. Einfach mit dem Föhn durchpusten dadurch werden Locken unbeherrschbar und sie werden dann auch glatter als wenn ihr sie in der Natur trocknen lasst oder mit dem Diffuser Föhn föhnt. Also Luft trocknen lassen ist das beste für Locken oder dann halt mit dem Diffuseraufsatz auf dem Föhn ein bisschen nachhelfen. In diversen Curly Girl Method Videos auf YouTube kriegt man auch immer wieder den Ratschlag zu hören, dass Locken auf gar keinen Fall gekämmt oder gebürstet werden sollen. Und der Meinung bin ich nicht zu 100 Prozent. Wer schon ein paar Videos von mir gesehen hat, der weiß dass ich der Meinung bin, dass die beste Pflege für Haare und Kopfhaut das regelmäßige Durchbürsten mit einer Naturborstenbürste ist. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht. Wird hier oben verlinkt. Und in diesen Videos habe ich auch mal viele Kommentare zum Thema bekommen. Ja ich habe mal lockige Haare. Wenn ich die Haare jetzt durchbürste, dann bürste ich ja alle meine Locken raus. Das stimmt. Da gibt es einen einfachen Trick beziehungsweise beim Durchbürsten mit einer Naturborstenbürste nicht so sehr darum die Haare bis von Anlass zur Spitze durchzubürsten, sondern eigentlich nur über die Kopfhaut lang zu bürsten. Damit wird die Kopfhaut stimuliert und die Haarwurzeln stimuliert. Was vielen Sachen wirklich vorbeugt und auch mehr Volumen schafft. Aber um gleich mal alle Missverständnissen auszuräumen gibt es an dieser Stelle gleich mal die ideale Haarpflegeroutine, die ich euch für Locken empfehlen würde. Ja und da fangen wir gleich mit dem ersten an, was ich schon gesagt habe. Vor dem Haare waschen die Haare mit einer Naturborstenbürste durchbürsten. Dabei geht es darum mit der Bürste in der Kopfhaut entlang die Haare an dem Ansatz zu bürsten. Ihr müsst dabei gar nicht in die Längen und Spitzen durchbürsten. Es geht nicht darum die Haare von Ansatz bis zur Spitze durchzukämmen, sondern an der Kopfhaut lang zu gehen. Dabei wird die Kopfhaut stimuliert und nicht blutet, was Schuppenbildung, Haarausfall und allen anderen Irritationen vorbeugt. Und was für Locken auch noch ganz relevant ist, der Haaraufrichtemuskel wird dabei stimuliert. So bekommt man auch wieder mehr Volumen. Also so kommen die Locken auch noch mehr raus. Gut, wenn ihr durchgebürstet habt eure Haare, dann als nächstes unter die Dusche und die Haare mit Shampoo waschen. Ja, ganz normal die Haare mit Shampoo waschen, nicht conditionen. Und nichts weiter. Also kein Conditioner hinterher oder sonst was. Die Haare einfach mit Shampoo waschen. Dabei, ja, nicht zu grob sein. Bisschen lockere Bewegungen machen. Einfach seid ein bisschen zärtlich zu den Haaren. Auch beim Haare waschen. Müsst nicht den Schmutz runterkratzen, sondern einfach nur das Shampoo verteilen und wieder runter damit. Gut, wenn ihr die Haare gewaschen habt, dann die Haare mit einem Handtuch trocknen. Viele Curly Girl Method Videos sagen, man soll ein Baumwolle T-Shirt benutzen oder spezielle Handtücher. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, was ihr für ein Handtuch benutzt, wenn ihr einfach nicht zu grob zu den Haaren seid. Einfach das Shampoo nehmen, die Haare so ein bisschen drin ausfringen. Nicht großartig langrubbeln oder sonstiges machen. Einfach vorsichtig die Haare ins Handtuch nehmen und einmal so, immer so reindrücken. Ihr merkt, das Handtuch saugt jede Menge Feuchtigkeit raus und mehr kriegt ihr noch nicht erreicht. Nicht groß langrubbeln bei Locken oder bei allen anderen Haaren. Ja, der nächste Schritt ist dann, eine Sprühkur oder einen Leave-In Conditioner zu verwenden. In die Haare reinsprühen und dann, wie ich schon gesagt habe, bei Locken immer schön reinkneten. Ich kann euch da das Leave-In-Aufbauspray von Jean und Len zum Beispiel empfehlen. Einfach in die Haarspitzen reinsprühen. Nicht zu viel davon benutzen an der Stelle und dann immer so ein bisschen schön reinkneten. Wie ich schon gesagt habe, würde ich Haare mit Naturlocken immer Luft trocknen lassen. Dazu würde ich euch empfehlen, einfach so eine Greifer zu nehmen. Sie euch damit das Deckhaar von dem unteren Haar so ein bisschen separieren. Schon immer am besten in der Form, wie die Locken auch fallen. Sie so oben ein bisschen zusammenstecken. Dann habt ihr ein bisschen Volumen. Dann fallen die Haare schön lockig und voluminös am Oberkopf und hängen sich nicht so sehr aus. Und auch die Haare im unteren Bereich des Kopfes. Da kommt einfach viel mehr Luft dran. Die trocknen schneller und gleichmäßiger und schöner. Wenn ihr es nicht mögt, Luft trocknen zu lassen oder jetzt kommt auch die kalte Jahreszeit, steht quasi vor der Tür, dann entweder die Haare mit einem Diffuser schon mal leicht antrocknen. Am besten den Föhn dafür auf das leichteste Gebläse stellen und die heißeste Temperaturstufe. Also wenig Gebläse und dafür wirklich mehr Hitze. Dann kommen die Locken am schönsten raus und immer schön dicht an die Kopfhaut gehen. Viele Kunden mögen das gerne kopfüber. Ich finde das nicht so gut kopfüber. Ich würde es lieber in der Ausgangsposition, wie man den Kopf auch so hält, machen. Oder wenn ihr sie kopfüber mit dem Diffuser Föhn föhnen wollt, dann würde ich euch auch so eine Abteigklammern empfehlen, womit ihr die Deckhaare oben schon mal ein bisschen zusammen klipst, dass die sich dann nicht, wenn ihr die Haare kopfüber habt, so sehr aushängen. Es geht darum, dass ihr nicht diesen Effekt habt, dass unten unter den Seiten die Haare sehr schön lockig sind und irgendwie oben am Deckhaar das eigentlich alles ein bisschen zu platt aussieht und zu glatt aussieht. Es ist ja nicht gewollt, dass oben am Oberkopf die Haare glatt sind und jeder so sehr lockig sind, sage ich jetzt mal so. Ja, wenn die Haare getrocknet sind, würde ich euch ganz zum Schluss einfach nochmal, weil Locken viel Feuchtigkeit und viel Pflege benötigen, empfehlen, ein Haarbalsam in die Längenspitzen zu machen. Kann ich euch das Haarbalsam 2 in 1 Locken von Alverde empfehlen oder von das Velare Haut- und Haarbalsam von der Marke Columnatura, was reine Naturkosmetik ist. Einfach eine 1 Cent große Menge in die Finger und Spitzen verteilen und dann in die Haarspitzen so ein bisschen reinkneten. Immer bei Locken schön kneten, nicht einfach durchwischen. So bekommen eure Locken wieder den richtigen Schwung. Ja, und wenn ihr euch schon gefragt habt, was mit meinen Haaren los ist, keine Sorge, ich habe eigentlich keine Naturwelle von Natur aus. Ich habe mit Lockenwicklern ein bisschen nachgeholfen, damit für dieses Video meine Haare so ein bisschen lockig aussehen. Hat auch Vorteile, einen Friseursalon zu haben, aber wenn ich mich so richtig, gefällt mir das nicht. Beim nächsten Video werden die Haare wieder kürzer und wieder glatter sein. Manche Leute haben einfach glatte Haare, dann muss man mit Dauerwelle oder anderen Umformungen dafür nachhelfen. Da hilft auch die Curly Girl Methode nichts. Von Spülungen und Conditionern auf Cremebasis würde ich euch auf jeden Fall abraten, wenn ihr lockige Haare habt, da diese eigentlich die Eigenschaft haben, so einen Film um die Haare herumzulegen, sie schön kämmbar zu machen und damit die Haare einfach nur glatt und gesellig macht. Und ihr wollt keine glatten und seidigen Haare bei Locken haben, sondern ihr wollt Sprungkraft und Volumen und Conditioner auf Cremebasis sind da genau das Gegenteil. Dann lieber Conditioner immer zum Sprühen benutzen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist auch noch keine Haaröle. Ich sagte schon, lockiges Haar ist feines Haar. Haaröl und feine Haare, das sieht einfach viel zu schnell, viel zu strähnig aus. Es mag Ausnahmen geben, okay, aber ich würde euch immer empfehlen bei lockigen Haaren und bei Naturlocken, nehmt keine Haaröle. Es gibt mittlerweile Balsam und jede Menge Alternativen auch dafür. Kokosfett ist auch eine gute Alternative, ganz normales Kokosfett, was man auch als Brotaufstrich benutzen kann. Nehmt lieber das als Haaröle. Ja, und noch das Wichtigste zum Thema Locken. Lockige Haare müssen regelmäßig geschnitten werden. Und ja, ich weiß, das ist ein heikles Thema für viele, weil ja, man hat schlechte Erfahrungen gemacht. Es liegt auch nicht jedem, Locken schneiden zu können und man muss auf ein bisschen was achten. Ich gebe euch mal ein paar Tipps, worauf ihr beim Haareschneiden bei Locken achten solltet. Achtet bei, wenn ihr Locken schneidet oder schneiden lasst, achtet immer darauf, dass ihr im nassen Zustand nicht zu viel abschneidet, weil sich Locken im trockenen Zustand immer noch mal um mindestens drei bis fünf Zentimeter zusammenziehen können. Also ich mache es immer so, ich mache erst im feuchten Zustand einen Grundschnitt, trockne dann die Haare nach Möglichkeit natürlich und schneide dann und arbeite dann noch mal im trockenen Zustand nach und dann auch sehr individuell, um halt zu schauen, ja, was machen die Locken jetzt von Natur aus? Weil natürliche Locken legen sich dann nur so gut, wie sie dann auch geschnitten wurden. Ich würde euch immer auch erraten, lockige Haare nicht zu viel durchzustufen. Stufung ist eigentlich immer, erzeugt viel Volumen, aber lockige Haare haben von Natur aus viel Volumen. Wenn man lockige Haare zu sehr durchstuft, habe ich die Erfahrung gemacht, werden sie zu unruhig und zu wild und vor allem hat man das Volumen dann dort, wo man es nicht möchte. Meistens einen Seiten, sieht aus wie das oft zitierte Sofakissen, nicht zu viel durchstufen lassen und nicht zu viel abschneiden lassen im nassen Zustand. Jeder Friseur hat auch schon mal die Erfahrung gemacht, lockige Haare, ich schneide okay, sie möchte fünf Zentimeter abgeschnitten haben, zack, ich schneide unten fünf Zentimeter ab, wir trocknen das Ganze und, hm, Mist, verdammt. So kurz sollte das gar nicht werden und die eine Seite ist viel, viel länger als die andere. Also mir ist das schon mal passiert, ich habe daraus gelernt, ich schneide Haare nur noch zum Teil im nassen Zustand, trockne sie und arbeite dann noch mal nach. Locken schneiden, man muss auch, wenn man Locken richtig schneiden möchte, man muss auch sehr individuell darauf eingehen, was machen die Haare, was machen die Locken. Auch ein Friseur braucht ein bisschen Erfahrung mit euren Haaren und weiß erst nach einer gewissen Zeit, was genau das richtige für euch ist. Viel zu oft lese ich oder höre ich, ja, ich war beim Friseur besonderer Locken geschnillt, aber dann haben sie gar nicht gelegen, da gehe ich nie wieder hin. Friseure sind auch nur Menschen und man lernt halt nur ein bisschen mit seiner Erfahrung und auch aus den Fehlern, die man mal gemacht hat. Und zum Glück für unser Handwerk, Haare wachsen wieder nach. Ja, was sind denn eure Tipps in Bezug auf eure Locken? Es würde mich sehr gerne interessieren, schreibt es mal unten in die Kommentare, was ihr auch so für Erfahrungen gemacht habt oder vielleicht was ihr noch für Fragen habt zum Thema Locken. Es wird noch weitere Videos geben, ich konnte jetzt nicht alles in das eine reinbringen. Ja, vielen Dank erstmal, dass ihr euch das Video angeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!